Der neue Weltrekordversuch von André Lepis aus Deutschland Ich habe es verpasst, die 250 vorher waren auch schon Weltrekord, also er hat im ersten Versuch mit 250 Kilo schon einen Weltrekord aufgestellt, jetzt noch einmal 20 Kilo mehr, 270 Kilo, 250 in the first attempt horse world record and now 20 Kilo more, 270 Kilo more, 280 in Germany, new world record attempt. Start. Start. Oh, 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 perfect. So, das waren 270 Kilo. Und das war nochmal ein Weltrekord für André Lepis in Deutschland. Er hat das erste mit 250 Kilo, das war ein neues Weltrekord. Der zweite attempt, 270 Kilo, war ein Weltrekord und jetzt der dritte attempt, 275 Kilo. It will be a new world record again, if you will do that. 275 Kilo, nochmals Weltrekordversuch und in Deutschland wurde noch niemals ein höheres Gewicht bedrückt. Der absolute deutsche Rekord liegt bei 272,5 Kilo, gehalten von ihm selber. Und jetzt haben wir 275 Kilo auf der Antel. André Lepis aus Deutschland, nochmals Weltrekordversuch. Die Judik Nein! Das war knapp, Leute. Das war ganz knapp. Aber trotzdem... danke für die Lösung und Stadionleistung von Asieli Lepis. Neu-Württemberg, 2.70. Ausfeuern, der Streich. Start! Rest! Danke! Na ja, die kommt rot von der Abseh-Abwärtsbewegung. In der Hinternbahn. Die erste Rüffelkolle, die wir hier in der Bank drücken. Sven Wessel läuft nach 200 Kilo. Stopp! Präsent! Präsent! Ja! Weg! Präsent! Schön auf! Schön runter! Eins, zwei! Start! Präsent! 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 Leider nicht. Also... Start! Präsent! 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 PR diagnosis von Präsent! Lshow! Präsent! Blub! Die Klasse! Die Klasse! ran und trou Matics? Oh, no lift, das war. Oh, no lift, das war, das war, das war, das war, das war, das war. Oh, no lift, das war, das war. Oh, no lift, das war, das war, das war, das war, das war. Oh, no lift, das war, das war, das war. Das hat er, das ist der Sport. Ja! Das ist ein Blick! Jetzt ist es vorbei! Ja! Start! Rest! New World Record Attorney, Vika Erwanza, von Sweden, 255 km. Start! Rest! Thank you! Wo hast du KTB getan?